Hi, ich bin Franz Josef. Ich beantworte euch heute drei Fragen zu Schubkastensystemen, die Ostermann im Sortiment führt. Bei uns bekommst du alle Varianten der Marken, Gras und Hettig, als Großverpackung, Komplettset oder auf Maß konfektioniert. Von Gras führen wir Nova Pro Scala und Vionaro. Von Hettig, InnoTech, Atira, Arquitec und Avantech U. Bei uns bekommt ihr verschiedene Zargenhöhen und Zargentypen, gerade im Trend die Schmalzarge. Hier habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Farben wie Anthrazit oder Weiß. Und als zusätzliches Design-Element könnt ihr auch Zargen mit Beleuchtung und Glaseinsatz für euer Projekt verwenden. Das Ostermann Komplettset besteht aus Zargen, Auszugführung und sämtlichen Zubehör, das ihr benötigt. Außerdem ist es ein smarter Bestellprozess. Mit nur einer Bestellnummer habt ihr alle Komponenten. Das waren die drei häufigst gestellten Fragen zu den Schubkastensystemen. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt uns. Weitere Infos findet ihr im Onlineshop. Danke und bis bald!